Konnichiwa und herzlich willkommen zu Japan Haut Nah! Ich bin die Lena und heute reden wir über ein paar Kostenfallen, über die ihr stolpern könntet, wenn ihr einen Japanurlaub plant. Die Frage, wie viel Geld man für einen Japanurlaub bereitlegen sollte, wird sehr, sehr oft gefragt und ich muss zugeben, es gibt keine klare Antwort dafür. Es kommt wirklich total auf euren Reisestil an. Also wenn ihr mit Business Class, einem Direktflug nach Japan fliegen wollt, nur in 4-5 Sterne Hotels übernachten, sehr, sehr viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahrt und auch immer mit dem schnellsten Finkansen unterwegs sein wollt und auch sonst auf keinen Luxus verzichten, also die besten Restaurants, Michelin-Stern-Restaurants, mehr Gänge, Menüs jeden Abend und sowas, dann kann euer Japanurlaub bestimmt aufwärts von 10.000 Euro pro Person kosten. Wenn ihr aber vorhabt, ja, wirklich mit Umstieg nach Japan zu fliegen, ihr auch okay seid in Hostels zu übernachten, auch mal ein Convenience Store Abendessen okay ist und ihr auch mit Nachtbussen okay seid, dann könnt ihr wirklich, wirklich super budgetfreundlich in Japan rumreisen. Wirklich, da kann das, keine Ahnung, mit 2.000 Euro oder sowas für eine 2-3 wöchige Reise auch völlig getan sein. Heute möchte ich ein bisschen mit euch darüber reden, über was für Kostenfallen ihr möglicherweise stolpern könntet und ich habe ein paar Tipps für euch, wie ihr die Kostenfallen im Allgemeinen auch vermeiden könnt. Und ich glaube, wir fangen einfach erstmal mit dem Flug an. Ich persönlich würde auch am liebsten mit Business Class nach Japan direkt fliegen. Mache ich aber nicht, weil es sehr, sehr teuer ist. In den letzten Jahren sind die Flüge wirklich viel, viel teurer geworden und wenn ihr bei den Flügen Geld sparen wollt, dann so früh wie möglich buchen und es muss auch nicht immer ein Direktflug sein. Also ich persönlich fliege eigentlich fast immer mit Emirates, mit Umstieg in Dubai. Die Verbindung ist relativ gut und es ist so ziemlich der günstigste Flug, den ihr so finden könnt. Bevor ihr wirklich 3.000 Euro oder sowas für einen Direktflug von Jal, Anna oder Lufthansa ausgebt, würde ich euch raten, ein bisschen euch umzuschauen, was es denn noch so für Alternativen gibt. Als nächstes kurz über Hotels. Hotels können unglaublich viel Geld kosten in Japan. Wenn ihr nämlich der Meinung seid, es muss immer ein 4- oder 5-Sterne-Hotel sein. Ich persönlich bin absolut der Meinung, es muss nicht immer ein 4- oder 5-Sterne-Hotel sein. Die 3-Sterne-Hotels in Japan sind ziemlich gut, wenn man weiß, worauf man schauen sollte. Dabei empfehle ich euch, neue Business-Hotels zu reservieren. Zum Beispiel The Bee Ginza ist ein super Hotel. Ich hatte noch nie eine so gute Dusche wie dort. Außerdem sind die REM-Hotels auch sehr, sehr gut. Schreibt sich R-E-M-M. Und wenn ihr hier in Nagoya ein tolles Hotel sucht, das auch keine 4-5 Sterne hat, aber trotzdem super mega nice ist, dann empfehle ich das Niko Style Nagoya. Schaut euch mal ein bisschen da um, was ihr so finden könnt. Es muss kein super teures Luxushotel sein. Die Business-Hotels hier in Japan, besonders die neuen, haben ein sehr, sehr gutes Level. Es gibt so ein paar, besonders 4- und 5-Sterne-Hotels hier in Japan, die sehr, sehr alt sind. Und da zahlt man trotzdem noch sehr, sehr viel Geld dafür, dass alles so ein bisschen, ja, in die Jahre gekommen ist. Also auch die Zimmereinrichtungen und die Badezimmer und sowas. Und deswegen empfehle ich, besser nicht solche buchen, besser wirklich neuere, moderne Business-Hotels buchen. Die sind normalerweise sehr, sehr intelligent eingerichtet auch. Jetzt kann auswärts essen gehen auch eine ziemliche Kostenfalle sein hier in Japan. Weil, wenn man wirklich jeden Tag abends schön im Restaurant essen geht, mehr Gänge-Menü, ganz traditionell, japanisch, Kaiseki-Ryo, die jeden Abend wirklich im eigenen Hotel oder Ryokan, wo man eben übernachtet, wenn man da jeden Abend isst, dann kann das ultra schnell ins Geld gehen. Meine Empfehlung dabei ist Family Restaurants, also so Familienrestaurants zum Beispiel, oder die japanische Art des Fast Foods, also alles, was so Gyudon-Restaurants angeht und sowas, Curry-Restaurants und so. Da kann man relativ gut, sehr, sehr günstig essen. Natürlich empfehle ich das nicht jeden Tag, aber so zwischendrin, wenn man das immer wieder mal so auch zwischendrin solche Dinge isst, dann kann man ziemlich am Essensbudget sparen. Außerdem eine Empfehlung von mir ist, in Convenience-Stores zu essen. Die haben wirklich hochqualitatives, sehr, sehr günstiges Essen. Das wird direkt im Convenience-Store auch für euch aufgewärmt. Wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr es einfach in euer Hotelzimmer mitnehmen und dort essen. Du kriegst immer Essstäbchen dazu oder einen Löffelgabel, je nachdem, was du eben brauchst. Ich weiß, das ist so vom Plastik her nicht so der Burner, aber es sind sehr, sehr gute, günstige Essen und es ist auch Teil der japanischen Kultur. Rümpft da nicht die Nase, sondern probiert das am besten auch einfach mal aus. Als nächstes eine Kostenfalle ist auf jeden Fall der Fern- und Nahverkehr. Die meisten Deutschen, die nach Japan reisen, sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und das kann sehr, sehr schnell ins Geld gehen. Ich weiß, viele von euch haben vom Japan Rail Pass oder JR Pass gehört. Das ist ein Zugticket, da kann man für eine, zwei oder drei Wochen so viel JR-Züge fahren, wie man möchte. Das klingt jetzt erstmal gut, aber es kommt wirklich sehr auf den Reisenden an, ob das Sinn macht oder nicht. Ich empfehle also, eure Reise zu planen, die einzelnen Fahrten auszurechnen und dann nachzuschauen, ob sich das wirklich rentiert, einen JR Pass zu kaufen oder nicht. Ansonsten für den Nahverkehr, die meisten Leute kaufen eine IC-Karte. Das sind die, die man, wenn man durch das Ticketgate durchgeht, einmal Pi macht und dann, wenn man wieder aussteigt, nochmal Pi macht und da wird dann das Geld automatisch abgezogen. Das ist super praktisch, aber nicht unbedingt die günstigste Methode. Es gibt nämlich, wenn man sehr, sehr viel an einem Tag rumreist, Tagestickets, die unter Umständen nach drei oder vier Fahrten pro Tag günstiger sind, als jedes Mal mit dieser IC-Karte rumzufahren. Wenn ihr also viel in Tokio unterwegs seid, wenn ihr viel in Kyoto, Osaka oder Nagoya unterwegs seid, dann schaut am besten mal nach, ob ein Tagesticket vielleicht Sinn macht oder nicht. Es muss nicht immer der schnellste Zug sein, ich weiß es nicht. Es kommt natürlich sehr auf die Person an. Es gibt sehr, sehr gute Nachtzüge in Japan. Da kann man sich quasi den Preis für das Hotel sparen und dann über Nacht von Tokio nach Osaka fahren oder noch weiter nach Hiroshima oder sowas. Also auch das ist vielleicht eine Überlegung wert, wenn man versucht, Geld zu sparen. Ich werde noch ein extra Video machen über den Japan Rail Pass und wo man da aufpassen muss, was so die unterschiedlichen Tipps sind und so. Aber das sprengt jetzt den Rahmen dieses Videos und deswegen reden wir da ein anderes Mal drüber. Als nächstes würde ich mit euch gerne über das Geld reden und das Geld wechseln. Man kann nämlich ganz schön viel Geld dadurch ausgeben, wenn man in Deutschland im Voraus das Geld an einer Bank wechselt. Die haben normalerweise sehr, sehr schlechte Raten. Meine Empfehlung ist, mit Kreditkarte zu reisen. Visa oder Mastercard funktioniert beides sehr, sehr gut in den allermeisten Läden. Die Läden, die immer noch sehr viel Bargeld wollen, sind ältere Restaurants, traditionellere Restaurants. An solchen Orten braucht ihr Bargeld. Da empfehle ich euch, das Bargeld in Japan direkt vom Automaten abzuheben. Das könnt ihr in Convenience Stores wie dem 7-Eleven machen und da habt ihr normalerweise dann auch die besseren Raten, als wenn ihr das Geld in Deutschland wechselt. Außerdem gibt es Wechselstuben in Japan und die sind teilweise sehr, sehr gut. Also meine Erfahrung war so, hier in Nagoya in diesen kleinen Wechselstuben in der Nähe vom Nagoya Bahnhof Geld zu wechseln, hat normalerweise die besseren Raten, als das jetzt am Flughafen zu machen oder geschweige denn an einer Bank. Auch hier in Japan sind die Raten unglaublich astronomisch. Als nächstes Internet. Ja, es gibt öffentliches Wi-Fi. Das ist auf jeden Fall die allergünstigste Methode, an Internet zu kommen, aber normalerweise nicht immer unbedingt so gut. Wenn ihr also durchgehend überall Internet haben möchtet, dann bräucht ihr entweder einen Pocket-Wi-Fi oder eine SIM-Karte. Ich muss jetzt zugeben, ich bin nicht auf dem allerneuesten Stand, aber es gibt sehr, sehr viele SIM-Karten und Pocket-Wi-Fis, die man sich im Voraus buchen kann und direkt am Flughafen abholen kann. Jetzt gebe ich euch noch einen wichtigen Tipp. Je nachdem, was ihr für einen Handyvertrag habt in Deutschland, kann es sein, dass ihr den so ohne Extrakosten oder nur mit sehr, sehr wenig Extrakosten auch in Japan benutzen könnt. Also empfehle ich euch wirklich, euch da mal schlau zu machen, nachzufragen und zu gucken, was da die Konditionen sind. Weil für mich persönlich, ich habe einen japanischen Vertrag, ich kann den für zwei Wochen in Deutschland, ohne irgendwas extra zu bezahlen, ganz normal benutzen. Und das ist natürlich das allerhöchste der Gefühle. Wenn ich länger in Deutschland bin, dann muss ich natürlich immer gucken, was ich so mache. Wenn ihr eine Reise plant, die kurz ist, wo das in eurem Handyvertrag mit inbegriffen ist, also internationales Roaming und sowas, dann empfehle ich das auf jeden Fall, einmal erst mal nachzugucken, bevor man sich eine SIM-Karte oder einen Pocket-Wi-Fi holt. Und jetzt die allerletzte Kostenfalle sind Tempel und Schreine. Ihr könnt es vielleicht kaum glauben, aber wenn man sehr, sehr viele Tempel und Schreine besuchen möchte, besonders die Bekannten, die kosten teilweise Eintritt. Und 300, 400 oder 500 Yen, wenn man viele besucht, kann da ganz schön schnell, ganz schön was zusammenkommen. Außerdem, wenn ihr so Tempelbüchlein, diese Stempelbücher, Stempel sammelt, dann kostet das auch jedes Mal 300 bis 500 Yen. Wenn ihr Omamori kauft oder Emma, das sind die, auch die kosten, keine Ahnung, 1000 Yen oder so. Also plant das im Voraus ein, wenn ihr vorhabt, solche Sachen zu kaufen oder zu machen. Es gibt auch viele Tempel, die wirklich toll sind und Schreine, wo man keinen Eintritt zahlen muss. Die sind klein, die sind weniger bekannt, aber das sind halt unter Umständen dann vielleicht auch Optionen für diejenigen unter euch, die wirklich viel Tempel und Schreine und sowas besuchen möchten. Das ist meine Liste der Kostenfallen, die in Japan euch begegnen könnten. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben, wo ihr an manchen Ecken Geld sparen könnt. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet oder irgendwie spezifische Fragen habt, dann stellt sie gerne unten in den Kommentaren. Ich beantworte alle eure Fragen sehr gerne. Und wenn es irgendwas gibt, wo es ein ganzes Video daraus zu machen gäbe oder sowas, mit längerer Erklärung, dann mache ich das auch sehr gerne. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn ja, dann wünsche ich mir sehr, dass ihr ein Gefällt mir gebt, dass ihr den Japan Hautnah-Kanal abonniert und ich hoffe sehr, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss! Tschüss!